Hier ist ein New Merchandise Daily, sagt hallo zu einer neuen Folge 2.0.5 mit meinem Schreiber. Guten Tag! Und your money is welcome here! Was war das jetzt? Ich hab nur was probiert. Piercings 14. So, Inventars leer. Und wir können los. Das ist richtig. Inventars leer bei dir, okay. Na klar. Du kannst nicht immer nur 5 verkaufen davon. So, sag mal was. Osten oder Westen? What the fuck? Ähm... Osten oder Westen? Äh, Westen! Spontane Eingebung. Gut, stimmt. Wir gehen... Sonst gehen wir immer... In den Westen gehen wir jetzt mein Bestes. Aber... Warte mal. Ach, da hinten ist glaube ich auch die Stadt. Die hier sehen... Weiß ich nicht... Könnte... Alles kann nix, boss. Geh schon mal vor. Könnte... Gut. Doch, das sieht mir von den Strukturen her so aus. Von der Struktur her. Von der Grundstruktur. Ich kacke hier kurz nochmal auf dem Stein rum. Okay. So ein bisschen Nitrat, wenn wir schon so kinds finden. Scheiße. Einzelteile machen mehr Sinn zu verkaufen. Verstehe. Seine olle Steinschaufel kauft er nicht. Will er nicht? Kann ich verstehen? Warum den Bart klapp nicht will, kann ich nicht verstehen. Wie war ich jetzt? 2.5. Ging er. Geht ja. Tja. Noch mal kurz nach dem Kaliber geguckt. Hat er noch nicht, ne? Aber wann hat er jetzt hier Restock? Achso, dann müssen wir wahrscheinlich... Nächsten Tag nochmal hin, ne? Ja, nächsten Tag, ja. Ja. 17 Minuten, ne? Ist das In-Game-Zeit? Wo bist du dahinter? Was fragen mich jetzt? Hä? Was stellst du mir jetzt für eine Frage? Warte, warte, warte. Halt, warte, warte. Hier ist ein Trailerpark. Ja, super. Und hier hinten ist eine Stadt. Äh... F, X... Was wollte ich jetzt machen? Ja. F, X, S? Ah, hm... Adel Axe? Na. Da ist auch gerade nicht ... Ah, da! Ok, komme. Deswegen bin ich auf dem Weg. Okay, oh, das ist hier, oh, da hinten könnte auch noch, oh, warte, warte mal. Oh, jetzt hier, oh, warte. Ganz schlechte Idee. Wieso? Weil dit Stadt Null ist. Oder zumindest ein Vorläufer der Stadt Null. Also, ich hab da vorhin geguckt, das ist eine zerstörte, ne? Ja, da wo ich jetzt bin, ist Koordinaten 78 Süd und 440 Ost. Wenn wir noch weiter in den Westen gehen, wir sind Stadt Null. Hier vorne ist Stadt Null, tatsächlich. Ei, 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 machen wir nicht. Nee? Nee, mit Hunden lege ich mich nicht an. Da ist ja nicht nur ein Hund drin, da sind ja mehrere. Hier vorne ist ein Trailerpark, vielleicht finden wir da noch eine schöne. Den gucken wir uns mal an. Dann gucken wir uns mal an der, damit kann ich um. Okay, ich mach dir mal Zombie leer. Oh Gott, der Film. Ja, okay. Oh, da ist ein Bär. Meinst du, den machen wir jetzt echt? Was? Na gut, den müssen wir leer machen, ne? Den müssen wir leer machen, ja. Den Bär, meine ich. Ja, den müssen wir auch leer machen. Aber wir wollen erst mal die Zombies machen und dann... Ach, wir könnten auf die Dächer von den Dingern. Ja, dann lass uns doch erst mal die Zombies erstmal wegmachen. Machen wir auch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal sagen soll. Wollen wir den Bär müssen wir auch mal wegmachen, ne? Naja, den müssen wir auch wegmachen. Aber wir sollten erst die Zombies wegmachen und dann... Oh, der Bär. Der will dich. Ja, super. Wie hast du denn das geschafft? Weiß ich nicht. Schießen an, bitte. Eingeschossen. Lass ihn, lass ihn, lass ihn in Ruhe. Nicht anschießen. Ich mach nichts. Okay. Okay. Hab ihn angeschossen. Ich glaube, ich hab ihn noch angeschossen. Okay. Lass ihn laufen noch ein bisschen. Okay? Ja, super. Zu ist. Toll. Gut. Ich schieß nochmal an. Was? Wo schießt du denn nochmal? Alles gut. Hab ihn angeschossen. Ich glaube, der macht nicht mehr lange. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich hab ihn getroffen. Gut. Du hast verschlaufen. Oha. Okay, läuft, läuft, läuft. Alles gut. Ab. Okay. Ja. Schieß mal zu früh. Ich hoffe, du hast ihn. Jetzt hat ihn getroffen. Oh nein, du hast ihn noch mehr getroffen. Was ist denn los? Oha. Oha. Okay, ich teile mich. Ich meine, nicht ich teile mich, sondern... Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Okay. Soll ich auf Pistole gehen sonst? Weh. Gut. Also, ich glaube, wir machen mehr Scham mit unseren... Yeah. Sehr gut. Nimmst du ihn auseinander? Äh, ich... Okay. Jetzt? Nee, nee. Nee, musst du nicht. Also, wir brauchen... Sonst können wir auch noch mal jagen gehen. Endlich brauchen wir nur... Schieß nicht, ob er das... Äh, vielleicht so ja Fleischkruft. Oder Fell oder so. Wow. Die Krankenschwester hat noch mal Geld dabei. Das war echt jetzt zwischen... Ganz bisschen knapp, so, ja? Ja, 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 ja. Ich hatte fünf First Aidkits unten drin. Und hab nicht mal dran gedacht, die zu nehmen. Ist auch doof. Apropos, ich hab noch... Nochmal sieben. Also, neben den fünf, die du sowieso hast... Oh, nochmal hier so ein Secret Slash. Äh, nee, Schatzkiste hier. Schatzkarte. Die Mene. Hä? Ja, ja. Achso, den macht ja die Tür auseinander. Kann er ruhig mal machen. Ob du es wart. Ich nehm jetzt mal ein First Aidkits hier. So, das hast du geklärt. So, man kann ich hier was... Was schickt. Nee, kann ich nicht. Oh, ja. Der macht die Tür kaputt. Okay, die ist aber unlockt gewesen. Ach, echt? Ober Zombie, brauchst die Tür einfach nur aufmachen. Ui, Lösche. Du Lösche. Vollidiot. Also, lass mal unseren Komment... Äh... Unseren Abonnenten sehen. Da kriegst du ganz schnell mal... Hast du da verloren. Und weh, du Scraps Geld. Nochmal. Ja? Und räum mal deinen Inventar auf. Echt mal? Da fallen mir noch so viele Sachen ein. Electrical... Let's... Pick up the shopping parts. Ich wollte nicht. Electrical components und mechanical parts. Ne, würde ich jetzt hier mitnehmen. Du mein Kacke, ne doch nicht. Na klar, ne mit. Ne, ihr habt nicht. Hätte ich gerne... Hätte ich gerne genommen. Jetzt auf jeden mal. Na klar, ich hab's wieder... Hast du... Hast du ihm jetzt die Tür aufgemacht, oder? Ja, ich hab ihm die aufgemacht, ja. Ist aber nett. Na ja. Was ist denn los? Mensch. Oh, kennst mich. Oh, klar. Oh, schön. Oh, meinst du mal meine... Oh, Kodo. Luka, flut. Kodo. Das ist nett. Achso. Luka, brauche ich mir auch, ne? Achso, das ist nicht. Ne. Luka, brauche ich mir eigentlich nicht, ne? Ne. Brauche ich mir nicht. Naja, denn nicht, ne? Okay. Aber Kissen gibt's hier nicht, ne? In dem... In dem Dings drin. Also jetzt irgendwelche... Versteckten Sachen, kreik dir nichts an. Und Trailerpackst du auch gerne mal hier für... Eine Waffenansammlung. Hier, guck mal hier. Das ist doch gut. In Gunn-Porders brauchen wir nicht. Klingt schon wieder ein bisschen nach Vorurteilen. Vorurteilen. Was? Nein, niemals. Nein, 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 nein. Niemals. Ja, klar. Hm, da nehme ich doch lieber... Jetzt noch ein bisschen was trinke, dann wollen wir uns vielleicht ganz kurz mal irgendwo mal zusammenwimsen. Können wir gerne machen. Hier, vielleicht keine schlechte Idee. Nee, da brauchen wir nicht. Gut. Ich hab hier einen French, der ist relativ groß. Soll ich mal irgendwo reinmüllen, dann komme ich einfach mal zu dir. Ja, Mike. Wir müssen uns so oder so irgendein Dings jetzt aussuchen für die Nacht. Ich würde sagen, wir bleiben oben drauf. Wir machen eine kleine Plattform. Äh, verstehst du? Nee, nee, keine Ahnung. Wir machen einfach mit den Mudge-Frames, machen wir einen Wege. Vom Trailerdach zu Trailerdach sozusagen. Okay. Ja, gut. Einige Hände 247. Forge of Iron, 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 alles Iron. Ich hab hier vor der Tür einen sogenannten Refrigerator. Ja. Und den würde ich jetzt mal eben befüllen. Befüllen. Kannst du die nochmal nehmen? Genau, perfekt. Hast du eigentlich Pan-Killers? Ja. Äh, äh, acht Stück, ja. Hab die nochmal drin geworfen. Ja, kannst du ja mal gucken. Ich mach hier ganz kurz nur noch eine Tür auf, mach noch einen Trailer noch leer, dass wir uns vielleicht auf eine Seite uns dann konzentrieren können. Also du siehst ja, auf welcher Seite ich bin. Du bist ja noch auf der anderen Seite. Okay. Ja. Sonst hätte man die jene Seite schon mal leer machen können, dann hätten wir uns nur noch bei den anderen durcharbeiten müssen. Aber wir können auch noch von oben rindern in der Nacht. Ist zur Not. Wie spät ist es? 19 Uhr? Okay. Oh, hier kann man auch Licht anmachen. Hast du Woodframes bei zufällig? Äh, ich hatte vorhin zumindestens welche. Wann mal? 18 Stück. 18 Stück. Ich hab hier noch so. Komm mal eben Holz. Naja, kümmer dich. Alles gut. Kümmer mich. Dann gucke ich gleich mal in deinen Kühlschrank. Bims. So. Mistelfahrt 491. Wow. Unfassbar. Sehr gut. Wenn ich jetzt allerdings immer ganz kurz die Woodraps mache. Assemble. Wärgst du wieder rausnehmen. Ah, schön. Warum sprangt das eigentlich alles? Man, ja. Nicht immer in den Genocheisen, ne? Lucky Water wollen wir auch nicht. Okay. 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 Okay, wir können uns jetzt hier von Haus zu Haus bimsen. Achso, warst du hier vorne, wo du den Zombie im Raus gelassen hast? Warst du da jetzt schon drin? Da war ich drin, ja. Da warst du drin. Alles weg. Kann ich nachgucken. Hier ist es nicht mehr drin. Echt? Ja, ja. So ist es. Es ist dann nichts mehr da drin. Wo ist der hier in Kühlschrank? Achso, der. Okay. Dass da denn nichts mehr drin ist. Aha. Ja, ja. Ich sehe nur Tokens. Was hat er Dings? Dings. Wo nicht? Ductape. Okay, schade. Drei Cloth-Fragments. Ich weiß mal, ich packe hier nochmal zwei Federn mit drin. Nicht. Die nehme ich mal. Nein, ist es noch nicht. Ich weiß nicht mal, ob das hält. Aber man will schon. Hier ist nochmal Cash zu verkaufen. Kartoffel brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Und man darf dann noch verkaufen. Die Pfeile, kann ich die auch haben? Selbstverständlich, dass ich mich nicht extra erinnere. Ah, okay. Gut. Okay, dann. Können wir uns jetzt also nicht hier im Rieber bauen, sagst du? Ah, doch. Das geht doch. Das geht, ja. Ich habe keine Ahnung, das hält, aber das sieht gut aus. Das hält, doch. Du musst aufs Auto springen und dann... Dann kannst du hier hoch. Okay, ich würde jetzt... Solange noch geht, würde ich jetzt hier... Ja, mach das mal. Ich kümmere mich mehr daran, was wir hier von oben nach unten vielleicht... Ach, die ist ja so anlockt. Naja, dann weiß ich Bescheid. Ach, hier. Die Teile auch was. Haben wir eigentlich... Feuer. Irgendwann wird Licht angeht. Ne. Schade. Meine ich halt auf den Kopf. Haha, auf den Kopf, ja. Nice. Das braucht ja nichts. Lieber hoch und Feuer. Können wir vielleicht noch ein Feuer für die Nacht machen? Ich habe nämlich auch einen Pugeln-Pot. Also, ich habe Steine, ja. Steine ist nicht das Problem. Habe ich vielleicht Steine? Ne, halt nicht. Da kommt nochmal gut ein Press raus hier. Hier Dings und Gedöns. Da wird das Hinde-Ding. Zum Verfeuern hätte ich jetzt Benzin anzubieten. Wir kommen dann gleich mal kurz hoch. Mache das. Komm mal hoch. Ja, dann haben wir ja auch gleich dann bald alles für die Chemiestation zusammen, oder? Eigentlich auch nicht so ein Grund, warum wir hier unterwegs waren. Na, ich habe... Ah. Okay. Ähm, ich habe... Hm, wie viele Bika haben wir? Wir brauchen zwei. Hm, ich habe einen verkauft. Hm, das ist mal dein. Ich habe nur das Geld gesehen. Ja. Wir hatten noch zwei zu Hause, oder hast du von zu Hause einen mitgenommen? Ne. Sicher, dass wir zwei zu Hause haben? War der Meinung, aber wenn wir noch einen finden, sollten wir ihn auf jeden Fall... Halten, ja, okay. Ich pack dir einfach mal Benzin ins Feuer, ist schon mal an. Den ersten Trailer hast du schon durchgenutet hier? Der hier vorne? Ähm, frag mich. Ich weiß nicht. Kann sein. Die da, wo das Feuer ist, meinst du? Ne. Du meinst den anderen, ne? Ich meine den ganz vorne, ja. Ja, den habe ich noch, ja. Okay. Ist aber leer. Den, äh, beim Feuer, da, der heigt noch nicht. Da heigt nur das Dach schon mal weggeschlagen. Dass du da vielleicht mal reinbimsen kannst. Mhm. Jetzt muss ich mal richtig reinbimsen, ne? Ach, wie? Ja, wenn Bimsen hier, wie sieht das Ding, ist ja schon offen hier. Tak. Alles nicht, Toilette. Komm, gib mal ein bisschen Kacke. Auch wiederkehren der Kacke hier. Die leere Gläser, super. Alles scheiße. Oh, ich bin runterfallen. Das ist gefährlich. Lassen wir mal ganz schnell sein. Oh Gott. Angst. Oh, na toll. Totale Panik. Totale Panik. Kann ich verstehen. Äh, machen jetzt. Äh, die ist hier oben bei mir. Kommst du hoch? Ähm, soll ich hier? Ne, Alter, ich krieg hin. Ich krieg hin. Ich krieg hin. Ich krieg hin. Ich hab it. Oh mein Gott. Hier hängt irgendwo fest. Die holt natürlich jetzt Freiner. Hier ist er. Ich sehe sie. Alles gut. Ey, komm, die ist hier bei mir. Ne, ne. Achso. Ich ist tot. Tada. Macht's. Oh Gott, das ist mir hin. Brutaler Panik. Wow. Musst du mir immer gleich irgendwie hier so ein Stress sein? Aber in aller Hektik können wir trotzdem noch einen Screenshot machen. So. Ähm. Wie geht's? Nicht runterfallen, Schmöwi. Nicht runterfallen. Wäre wichtig. Hast du hier so einen schönen Dings gebaut? Wurde mal rübergehen. Hm. Der Baum hier vorne stört mich. Kannst du weghacken. Von oben. Wird da ran? Ja, sollte eigentlich. Äh? Ne, achte, Odin. Entschuldige bitte. Ne, natürlich nicht. Wo willst du denn hin, Digga? Die ist auch kaputt. Warte mal sehen, was du jetzt hier machst. Wo willst du denn hin? Hier vorne ist er. Ah, guck mal. Hat was in Kopf gekriegt. Hat ihr fressen? Ist kaputt. Schön. Sehr gut. Also das Ding hier unten ist leer. Hier hinten ist auch loopbar. Jetzt. Ja, ich würde hier ganz kurz das Ding auseinandernehmen. Äh, ich denke, meine Klimaanlage brauchen die hier nicht mehr. Verstehst du? Ja, die Zeiten sind vorbei. Kennen kaputt schon. Neun meckennel kaputt, ey. Einfach mal so. Ach, schon wieder runterfallen. Eifel gut. Was machst du denn? Gläser, Müll. Einmal kacke. Wow. Ich renne direkt wieder weg. Machen Cocktop. Nur Müll. Ja, auf, dann die Balustrade kaputt zu machen. Hör sofort auf. Und bleib liegen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So, den Weg rüber, halt auch schon. Ja, gut. Jetzt ist es mir egal, was ihr alle sagt. Ich hoffe, der fällt nicht ein. Ne, halt wird gut. Ja, rastet doch schon wieder ein Zombie aus. Ja, unter. Unter der Laterne. Ja, die ist jetzt so hell, wa? Na ja, würde mich auch nerven. Ja, nicht. Töne ihn. Kannst du ihn? Ja, ich bin doch dabei. Ja, das war mir klar. Total. Ich wollte doch nur... Spannend. ...dach mal mal... ...verhalten hier. Wie hast du denn hier geschafft, bis da rüber zu bauen? Ach so, du hast dich bis zu ner gewissen Stelle. Du bist ein Juter. Ich bin runtergefallen und hab's einfach schnell zu Ende gebaut. Ach so. Schon wieder schreit. Ja, man wird sich verarscht, was ist hier los. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn jetzt? Hinter uns. Wo? Deine Seite? Sieh sie nicht. Ich auch nicht. Ich hör sie eigentlich auch nicht nochmal schreien. Doch. Ich hör doch heute. Das hier mal aus. Doof, dass ich hier das Feuer brennen lasse, aber... Hey, das ist eine normale, andere Tante. Ich hab hier gerade einen schwachen Punkt in unserer Theorie. Oh nein, Spider. Ich komm mal erstmal rüber. Komm zu mir, ja. Ich hab gerade den Spider-Schutz auch weggehackt, theoretisch. Ja, die sind jetzt alle da hinten drin. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Wenn du da einen Woodframe noch drauf hast, wär's super. Hast du nicht, ne? Oh. Auf dem, wo du dich reingehauen hast? Kommen sie doch alle hin, okay. Die kommen jetzt hier alle unten hin. Ey, die... Was sind die Streit? Die Streit hat das immer noch, das, was uns hier gerade Ärger macht, ne? Ja, gut. Ich meine, 0 Uhr, du Dings. Wir sind hier oben relativ safe, würde ich sagen. Also, bist du auf Spiders, okay? Ich seh die... Schrei... Schrei sind ich. Ey, da krieg ich so viel Pfeiler, ey. Ja, das hast du wirklich die YouTube. Ich hätte sie ja noch ein paar, ne? Ja? Ja. Ich hab jetzt erstmal noch 250. Du siehst die... Mann, was denn? Was sehe ich? Shit, shit. Jetzt sind sie hier. Ja, lauft. Ach, nee. Das ist so ein Scheiß, dann kommt der hier rum. Das ist bei uns hier, ne? Sonst nimm, äh, ja, ja. Der hat schnell mal nichts zu gucken. Bei mir ist auch noch einer, bei mir ist auch noch einer, ja. Ich hab ihn getroffen. Gut. Muss trotzdem erstmal weg. Okay, den anderen hat er getroffen. Die wollen beide mich. Lass sie uns wie ein Bär, wie ein Bär. Ja, ich muss erstmal kurz ein First Aid Kit nehmen, sonst zeig ich gleich wieder Stress, okay? Tu das. Der Ene, der hängt fest gerade, ne? Der Ene ist runtergefallen. Beete sind runtergefallen. Ich werde sie sagen, ob sie tot sind. Nee, sie sind nicht. Sehr gut. Der will dich jetzt krass. Oh, schon wieder bei mir. Jetzt bin ich runtergefallen. Nein. Jetzt wird sie übel. Okay. Bist du raus? Ja, ich bin unten. Alles gut. Ich werde dich verfolgt, würde ich töten. Alles gut. Keine Verfolgungsjahre. Zusehen. Puh. Wie ist es nicht, wie du überlebt hast? Könntest du denn da durchfallen? Ja, die Lampe ist, äh, kein Block. Wie geht auch so. Das ist gut. Ja, so witzig, wenn ich dir so schaue. Oh Gott, ich bin sehr, mhm, hier ist die Kreisheit Hunter, jetzt. Ich sehe sie wenigstens. Kann ich wenigstens klären. Okay, doch nicht. Hauptsinnige Trocken. Und ich. Steht da nicht rum. Jetzt kritisch für mich. Weiter oben. Ist wieder runtergefallen. Kommst du nicht hoch? Ah, nee. Jetzt, ich hab's schon. Okay. Ich hab' die Kreisheit. Ja, die Kreisheit ist zumindest weg. Das ist schon mal gut. Mann, der Dicke, der rennt mir zu schnell. Du bist die Treppe, die. Deine Probleme möchte ich haben, Schreiber. Okay. Mann, jetzt wär' ich gerne Legolas. Ist doch. Im Endeffekt fühle ich mich immer wie Legolas. Neben mir? Ja. Okay. Das klingt wie eine gute Beleidigung, ehrlich. Ich nehm' die für dich nicht wie Legolas. Oh ja. Jetzt hat der Dicke richtig gefressen. Zack. Weg mit dir. Kannst du die von drüben irgendwie anschießen? Ja, ja, mach ich gerade, ja. Okay. Ich hab' ihr im Dicke, der steht hier bei mir, unten. Der macht hier Alarm. Kannst du den mal... Ja. ...den den Rest weg? Äh, warte mal, da. Ja, hab' ich. Oh, zwei Spiders. Zwei Spiders auf dem Weg zu dir? Nee. Die werden aufgehalten durch diese Metallplatten, die da unten dran sind. Oh, ich hab' ihn aber hier. Ja. Schön. Ja, hier sind trotzdem noch zwei. Ich seh' ihn bei dir. Den... Wo immer... Dener ist... Äh, zwei sind bei dir. Aber solange da nichts passiert... ...ist nicht getroffen. Gut. Ja, kommt hoch. Der kommt hoch. Verlieren. Kannst du alles schießen? Ja, ich schon. Er ist schon wieder rüben. Okay. Noch Einer. Ja. Der ist tot. Sehr gut. Nee, der ist doch nicht tot. Okay. Nee, nee, die haben... Jetzt nirgst du mal. Warum ist denn jetzt hier schon wieder Einer? Oh, den hab' ich nicht gesehen. Ja, Hike, ich hab' mal eingeschossen. Gut. Ich muss den Hike nehmen. Oha. Puh. Bibi, nimm mal lieber noch was. Nimm alles, was du kriegen kannst. Hit out's. Hit out's. Oh Gott. Äh, zwei Uhr erst, ne? Ja, ja. Happen hoch. Angeschossen. Schießen. Schießen nochmal an. Schreiber. Ich weiß nicht. Ja. Okay. Alles gut. Auserfahren. Gut. Sehr gut. Müssen die Spiders wirklich wegmachen, ne? Die sind echt hartnäckige Viecher. Sag mal, ist das eine normale Horde, oder was? Oder haben wir das echt... Oder ist das ein rundkontrollierter Zombie-Scheiß hier schon wieder? Ich würde jetzt aber auch nicht rumballern, wisst du? Das ist eine rumballern. Nee, nee, lass mal. Lass mal ruhig. Sehr gut. Oh ja, oh, den haben wir schön gespielt, Joll. Sehr ordentlich. Kriegst du den? Ich zieh mal noch ihn rüber. Oh, der ist rüber. Der ist hoch bei dir. Der will aber mich. Sehr gut. Ich hab mich trocken. Und ein Hund. Oh, oh. Ihr gehörtet irgendwie neben mir. Jetzt nicht mehr runterfallen. Das wäre jetzt schon wichtig. Hier ist der Hund. Der ist unter mir. Der Hund ist tot. Ja, hier hört es sich aus an. Beinahe. Ja. Tot. Nee, doch nicht. Ja, ich hab's aber. Ins Rückrad. Okay. Einen noch bei dir. Angeschossen. Nochmal angeschossen, ist weg. Jut. Unterdies noch ein Kriecher, der interessiert nicht. Hier ist noch ein... Ja, den hat er gerade geholt. Für dich. Ich hab ein bereites Licht. Ist daneben. Jetzt. Okay. Kriecher? Was, ist hier Ruhe oder was? Nee, da ist noch eine kranke Schwester. Okay. Letzt werden die ersten sein. Kriecher ist auch weg. Boah, ist jetzt schon wieder aufregend hier, ey. Meine Fresse. Wow. Das war jetzt hier aber... Das war harte Arbeit. Das war echt harte Arbeit, ja. Jetzt noch ein Kriecher. Dann mal. Was denn? Nee, alles gut. Ich wundere mich manchmal über mich selber. Jetzt schmeiß ich weg, jetzt schmeiß ich weg, jetzt schmeiß ich weg. Weg. Fuck it. Fuck it. Wir sind auch nochmal weg. Level 51, ne, jetzt mittlerweile. Mhm, 52 bei mir, sehr gut. 52? Mhm. Äh, nicht schlecht. Und der Pro. Ich hör doch noch einen... Äh, wir haben auch Hundetag, ne? Bist du sicher, dass du da unten stehen bleiben willst? Echt? Ja, am Hundetag. Das ist eigentlich das verhassteste. Weil sie kommen jetzt auch noch, oder was? Natürlich. Für was du meinst jetzt? Ich werde auf jeden Fall erstmal meine Sachen hier repairen, soweit ich das kann. Dann kann nämlich der Stoff auch mal weg und dann nehmen wir nochmal ein paar Sachen mit zum Händlerverkaufen, nochmal gucken, ob er was Neues hat und dann zittern wir erstmal wieder nach Hause. Meine Güte, das ist ja ein langer Plan. Nicht? Klar machen wir das. Und zwar in der nächsten Folge, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Ich freue mich sehr, dass wir hier diese Dinge überleben konnten. Und sage herzlichen Dank auch an Schau rüber. Bis gleich. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.